und damit herzlich willkommen zurück zu let's play titan quest im model show und dann mit chantal heißt chantal oder chantal lafischi den wolfies und mir warte ich war schon dabei den doges und wir sind cool wir müssen übrigens noch einmal zurück in die letzte was bist du für kopf füßler in die stadt müssen wir noch mal zurück weil wir dann küsse abgehen müssen der wert der pc neu gestartet hat die kopf der füßler die tat von asche von titan oder scheiß ok ok keine ahnung wovon du werdest links rum warum warum nicht ja weil ich die ganzen sachen bis sonntag hochgeladen haben will also für euch sonntag vor einer woche weil ich sonst mein internet aufbrauche weil sonntag internet leer ist dann wieder da ist ja jetzt habe ich glaube ich richtig gesagt und ich versuche jetzt mal ein bisschen näher mikrofon zu reden weil ich sonst viel zu leise bin immer und mich richtig scheiße anhöre und freudig auch viel zu leise und das ganze video mal viel zu leise ist habe ich keinen bock habe das ganze video mal lauter zu stellen du musst nur einen regler nach rechts verschieben dann ist lauter das komplette video einen regler ja und nein ich muss ihn nicht nach rechts verschieben sondern hoch und runter nein der geht nach rechts nein der geht hoch und runter nein meiner geht nach rechts aber stimmt geht er idiot du mehr weißt du das nennt sich system elektroniker für du musst das für noch ein bisschen mehr betonen das ist besser für ok ich nehme dann gleich auch noch ein paar mietball auf der kommt dann nächste woche sowieso nicht auch gargäuze ich hab den starke sind kein gargäuze warum ich arg wo du hast die arg verdient auch kisten wir suchten in der zeit doch ein bisschen orderlands ein bisschen ne ich muss zum händler übrigens ist egal request jetzt erstmal weiter damit ich den loot bekomme ok ist mir egal was du will hier nicht ich will uns geld jetzt nehme ich natürlich auch mit warum bist du so schnell ich bin zehn minuten vorher losgelaufen dann man wann hast du eigentlich grimm da um ja also ich habe samstag wieder geld nicht dass ich jetzt kein geld hätte er ist reich er ist richtig egal ja total die er kriegt youtube money ja ja weil ich auch eins meiner 15 millionen pro sekunde ich habe auch ein video überhaupt monitorisiert ja ja ich habe kein einziges das bringt nichts bei mir ein namen gleich null wahrscheinlich wird alle deine abonnenten abblocker benutzen weil sie dich hassen hoffe ich doch ich bin nicht so ein geld geiler youtuber der seit jahren hat den abblocker aus und mit geld verdient ist einfach ich benutze ihn nur wenn ich kein internet habe weil er mir dann also ihr könnt euch nicht vorstellen also ihr habt ja eine normale leitung wahrscheinlich so minimum eine tausende oder sagen wir eine sechstausende und dann denkt ihr euch schon oh mein internet ist so langsam und das stellt ihr euch einfach jetzt mal fast sechstausend mal langsamer vor naja wie würdest du mein internet beschreiben 300 tausend nein ähm ja aber ein 300er internet ist äh ich gucke videos um 144p und sie lagen also sie laden sie laden nicht komplett videos laden auch auf youtube nicht komplett nein ich meine sie sie haken auch zwischendurch sie halten an stoppen und laden dann erst weiter das heißt wenn ich runterlade zwei sachen ich kann nichts runterladen gleichzeitig was gucken also ich muss nie was runterladen kann ich immer von 360p gucken ihr könnt euch so ungefähr vorstellen ich habe ein download von 40 kbps und ein upload von einem oder so von nichts das war für dich das war für dich für dich hier das war eine essenz also da ey wo hast du mechanikteile seit tausend stunden kommen keine mechanikteile mehr ich weiß das hatte ich seit stunden dabei alter woche zwei wochen mindestens zwei wochen da kamen die letzten mich gar nix auf den verfickter gott joda nee joda ist ja nicht verfickt welcher gott ist denn verfickt der verfickt die gott der gottes verfickten wo bist du keine ahnung ich renne weg weil ich sterbe ich auch fast hier liegt noch eine gepeinigte seele für dich ne wat ne gepeinigte seele was ist das für scheiß voll geil ja voll geil ja lan übrigens fünf minuten schon rum ja kann sein aber ich bin jetzt auch stumm ach so ja dann bin ich ja nicht aus naja jedenfalls wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt mit diesem internet irgendwas zu machen ist ein bisschen scheiße und deshalb muss ich mal warten bis ich neues habe und dann kann ich wieder flüssig videos gucken dann ist es komplett weg ja dann habe ich 15 gigabyte lang eine 16k leitung weil wir LTE haben und sowas oh cool gut gut ich habe hier nur 18 FPS ich schwöre dass ich diesen Dämonen nichts verkauft habe halt doch das Maul interessiert mich doch nicht ob du den Dämonen was verkauft hast mich hat es interessiert ich habe hier 10 FPS was ist hier los ich bin auch gerade richtig wenig FPS ich dachte so okay what are you doing mate und jetzt auf einmal what are you doing mate ich bin bei 9 ich bin bei 15 grad nichts ist passiert ich kriege aber auch gerade nicht mehr oh ne what is going on here Nein Kein Handel mit Dämonen Alter der Schild ist nice aber er macht mir nicht 10% Minus auf alle Anforderungen von daher kann ich ihn nicht benutzen oh mein Gott das klingt so schlimm ja man ich habe nur 9 FPS eben das gericht vor allem die letzten Gegner ne ich will mal die Quester geben äh nicht die gegner die letzte starte aber die Quester geben oder weil ich die Tarnasche noch weiter vorher ich habe keine Ahnung Alter es laggt so schlimm ich habe jetzt hier auch nur noch 16 FPS ich habe 9 2 Fähigkeitspunkte oh mein Gott alter geht doch mal bitte weg und gucken ob es dann immer noch lag ja warte in Ordnung mein Gott 10 FPS oh ja noch eine Welle hinterher ich bin jetzt komplett raus ich bin jetzt in den Höhlen hä warum lag das so schlimm man ich habe schon von dir gehört Hauptsache du machst hier erstmal alles fertig boah der Speer ist extrem geil jetzt habe ich 20 wenn ich das geöffnet habe äh in der Informationskette suche in den Dämonenlager nach hä Moment mal wir müssen noch mal in das scheiß Dämonenlager gehen unsurft ja wir haben die Endquest irgendwie mit den Typen nicht geredet momentan ich muss uns im Caravan hin da lass uns das offline machen oder zumindest zwischen den Aufnahmen und irgendwie gleich erstmal gucken warum das hier so todes lag ja also mein PC ist nicht ausgelastet ja wenn deiner nicht ausgelastet ist es bei meinem egal boah leckt das boah leckt das boah leckt das das ist richtig ekelhaft oh mein Gott ja wir sind schon beim drittletzten Portal weiter gehts mit dem Geschäft ich tippe immer das liegt darauf dass ich auf diese Brücke gegangen bin welche Brücke? auf die Brücke wo irgendwie 4 Leute rüber gehen ich geh hier grad mal hin oh Turm des Gerichts oh mein Gott das hier sieht sehr special mäßig aus ja deshalb lag das jetzt hab ich 60 FPS auf der Brücke du bist auf der Brücke? ich seh dich nicht da ja jetzt seh ich dich ja komm jetzt hier drin lags nicht mehr schnell doch bei mir schon ich hab hier immer noch 9 FPS ja das ist weil du in der Nähe bist als ich hier allein reingemann war hatte ich 60 ich hab keine Ahnung was das ist hier oh mein so kann ich nicht zocken alter das legt ja richtig schlimm noch ein FPS oh mein Gott ja aber eben grad als ich da allein reingegangen bin hat es plötzlich 60 FPS dann geht der Brücke noch kurz einen Cut machen und äh 10 Minuten kannst du einen Cut machen und dann gleich weiter aufnehmen ja ok dann sehen wir uns gleich und tschüss und damit herzlich willkommen zurück mit jetzt irgendwie 18, 19 FPS ja wir haben keinen Ahnung wo uns liegt sobald wir über die Brücke gehen fängt es richtig schlimm an zu lagern fängt es richtig schlimm an zu lagern also auch ohne Aufnahme haben wir dann hier irgendwie nur 30 FPS eher nur 14 ich hab ja also ich hab brauch so 20 also 16 bis 20 durchschnittlich das wird richtig cool ich hab jetzt nur noch 11 10 9 ja ich auch vielleicht müssen wir einfach die ganze Karte einmal erkunden ok mach ich oh mein Gott das brennt so in den Augen jetzt weißt du wie ich früher immer aufgenommen hab dir ist klar dass ich gleich 6 Milliarden Gegner hinter mir hab ne 8 9 10 boah es leckt also ihr seht das ja ich renders jetzt einfach mit 60 FPS ich nehm zwar nicht mit 60 auf aber ich renders hoch 10 11 EISAC lade ich sogar 60 hoch ok nice ok macht ja keinen Unterschied ist alles äh ist alles erkundet oh mein Gott alter ich kann nicht mal mein Wurfmesser werfen ja das problem wir auch schon die ganze Zeit hier ist ein Brunnen du hast ja nur Schock weil ich alles trifft ich hab Wurfmesser als nichts zu treffen hier ist ein cooler Brunnen und äh hier ist ne riesige Tür ist das so ein Teserspawn genauso wie die Z-Tesquit hier bin tot und ich spawn genau neben den gegnern richtig nett da bist du hier oben schon angegangen ich bin einmal komplett ruhig ich habe alles erkundet dafür dass wir das gebiet jetzt nicht so komplett noch alles kaputt schlagen und einfach hier durchlaufen meinst du also ich habe das komplette gebiet erkundet wir können von mir aus hier weiter hier ist eine tür wenn ihr das komplett sehen wollte dann guckt bei ihnen oh mein gott fünfte etage NEEIN hä wo ist die erste bis vierte wir müssen jetzt vier etagen runter mit lags ohne ende alter das wird nichts ich war hier noch nie oh mein verfickter gott nicht durchrennen das bringt es nicht das ist richtig scheiße als ich so viel von diesen gegnern auf dem verfickten gebiet ich weiß ich kann mich nicht mehr heilen nein alter fuck das wird richtig schlimm okay ich habe mich um entschieden lass doch durch rennen das geht mir zu sehr auf den sack ey gerade wo ich alles getötet habe oh yes auch noch die gegner kannst du mir mal die nudel lutschen junge ich kann ich habe gerade irgend so ein piep geräusch gehört keine ahnung ich bin am flüchten merke es geht noch was aufsammeln dann habe ich halt äh alter das ich kann nicht mal was aufheben hörst du mich noch ja ich höre dich noch ich renne gerade einfach nur durch ich bin durchgehend fast tot boah es laggt bei mir laggt es so schlimm dass meine oh moment mal nein ich kann hier nichts aufheben der reagiert zehn sekunden verzögert oder so ich bin tot das ist so wie wenn du online spielst ja ich weiß ah laderscreen auch nur sieben fps alter was zum teufel ist hier los warum laggt es so sorry aber ich verstehe das nicht wir müssen die gegner töten ich kann mich nicht so schnell hielen wie die mich killen wir kämpfen gegen sie mein gott wie soll ich das machen weiß ich nicht ich renne auch gerade durch ja es ist einfach die ganze zeit rechts halten also ich muss hier schon links gehen ja aber du musst im endeffekt einfach nur rechts du musst einmal komplett links außen rum weil alles in der mitte versperrt ist ich heil mich schon mal bei 1500 leben okay ich glaube bei mir wird es auch knapp ja genau da bin ich auch gestorben weißt du es sind einfach so viele gegner und kannst einfach nicht mehr weiter ja ich weiß da bin ich auch gestorben ich gehe außen rum hab schon noch einen trank genommen halt obwohl ich noch voll bin gleich mal einen kontertrank nehmen ich bin wieder genau da gestorben wo ich eben gestorben bin wir müssen die gegner killen es geht nicht anders dann lass uns zusammen vorgehen und kurz die gegner killen oder wollen wir das ohne aufnahme machen ja okay bis gleich damit auch nicht mehr fp ist aber yolo bis gleich und damit herzlich willkommen zurück zu ich wollte gerade replay sagen wir sind wieder da wir haben jetzt hier gerade 50 fps 60 okay okay wir haben einfach das spiel gestartet und dadurch sind wir im turm gestorben und ja sind nicht über die brücke gegangen weil vorher mussten wir immer über die brücke gehen und die brücke ist anscheinend schlecht die ist irgendwie bisschen buggy danke entwickler danke die ihr pleite gegangen seid ich kann jetzt auch verstehen warum ich hätte euch auch keinen gärtner gegeben die hq hier voll verkackt richtige wichser horensöhne horensöhne nein trotz keine so schlimmen ausdrücke richtige schweineficker schweineficker hühnchenbumser junger HÜNCHENBUMSER ob das geil von 1 bis 2 ist das ist echt der schlimmste begriff den ich je gehört habe und ich kann es wieder looten geil ja oh yeah erkunden wir jetzt wieder alles ja klar boah ich will wieder internet haben alter ja das hast du wieder 5 tage ja nee wenn ich nicht hochlade in der zeit nicht dann habe ich es ja länger deshalb will ich ja jetzt naja deshalb will ich ja jetzt so viel aufnehmen und hochladen wie möglich also das hier ist ja der letzte part für die nein die beiden parts die wir jetzt mindestens aufnehmen sind ja die parts ja meine auch oh mein also ich hatte oh gott ich hatte grad standbild willst du mach keine wellen mehr das hat jetzt gar nichts gemacht ja aber eben grad die eine welle ja aber dahinten aber sieht schön aus totally ich habe da mal können mein schön hintergrund anstatt schwarz ja ja gut es sind auch nur sterne und ein universum sozusagen ja aber es sind sterne und dann nur universum besser als blanco blanco mako es ist nicht so wie mein portemonnaie es ist nicht blanco assi assi einfach assi jetzt kann ich wieder Luft dein ey ganz komische scheiße hier das ist ganz seltsam wir müssen Richter finden ja und erstmal 5 Ebenen überstehen alter die dinger hier gehen ja noch die sind ja nicht die blauen alter wenn die blauen kommen so viel oh mein god wo kommen die her vom Arsch der Welt von deinem bitte ist grad noch eins gepullt na du hast es auch gesehen ok oh geilen Bogen wow dat Bogen freu mich richtig drauf ich mach grad Mitte übrigens ok haben wir fertig oh ich hab hier grad was zu essen vor mir steht noch nicht einfach fickt der gott und wir haben schon nur noch 2 Minuten ca fuck 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 ich komme ich komme ich komme ich komme ich habe grad Bogenschütze mit dem ich war mit denen also die haben mich mit Bogen geschossen und ich bin weggelaufen die waren stärker mein gott ich hatte grad schon wieder einen FPS Einbruch also in diesem Turm hab ich mir richtig eingefallen wenn die FPS kurz stehen bleiben ja ich auch ich bin jetzt 35 ok jetzt wieder 46 was ich bin auf 60 die ganze Zeit stabil auf 60 bin ich nie das ist aber Borderlands Borderlands okay das ist dein Borderlands ist meistens stabil ja außer du packst eine Shotgun aus oder ich pack meine Shotgun aus oder die Snipers ähm ja die Snipers sind nicht so schlimm eventuell kommt irgendwann mal ein Projekt mit Borderlands und vielleicht aber eher nicht mit Kirschi weil der irgendwie leider keine Lust auf das Spiel hat aber es wäre cool wenn man das so denken könnte wenn der Lust hat hat er das nur ganz kurz ja und dann haben wir keine Zeit dann ist es genauso wie mit mir er hat einfach nur kurze Zeit auf dem Spiel Bock und dann einfach gar nicht mehr noch welches ja zum Beispiel Borderlands also am Anfang hatte ich auch noch richtig Lust da drauf mir macht es immer noch Spaß aber ich denke mir auch schon wieder so ja man könnte jetzt auch mal wieder weniger machen oh mein Gott ich hatte gerade einen Anbruch ohne Ende he 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 ich habe gerade blaue Tunika aufgesammelt du hast ihn nicht gesehen was hast du aufgesammelt? blaue Tunika aber die scheiße ist gestückt die keins Müll sag mal oh mein Gott jetzt nur 84 das ist ein bisschen wenig der ist mau ist es ein Set oder äh ne das ist nur ganz normaler blauer Gegenstand ich misch gerade einmal meine Nudeln durch sorry äh das ist übrigens der Part ich muss das ausmachen sonst krieg ich Copyright Verletzungen äh bis zum nächsten Mal haut dran Leute und tschau tschüss und tut uns leid dass hier nichts so viel passiert ist tschau tschau zschau tschau